Wir müssen jetzt auf den Rauch wirken. Adik, ich hast sie mal ein Stück nach rechts, okay? So, dass die Pack noch wirken kann? Guck mal, jetzt haben wir ein viel besseres Schlussfeld, oder? Die müssen nur warten, bis der... Die werden eh nicht rüberfahren, solange die Pack noch wirken. Aber warum werfen sie Rauch? Ich glaube, die werden sich da rüberfahren. Die kriechen dahinter jetzt durch das Gebüsch. Siehst du, hast du das gesehen? Die Bewegung hinten? Die flitzen alle hinter dem Rauch durch den Wald. Was läuft denn jetzt da vor hier, Alter? Bob ist aus dem Rauch. Na ja, ist doch kein Wunder. Das war ja wohl klar wie Kloßbrühe.